Jetzt hörst du, verankert, finde Frieden mitten im Sturm. Andachten für 28 Tage. Erhältlich über www.gracetoday.de Tag 3 Worin ist dein Wert verankert? Wovon wird dein Wert bestimmt? Davon, wie gut du dich auf der Arbeit schlägst? Wie gebräunt du bist? Oder wie viele Likes du auf Instagram bekommst? Vielleicht messen wir unseren Wert und unseren Platz in der Welt an diesen Maßstäben. Aber weißt du, wie viel du in den Augen Gottes wert bist? Du bist den Tod seines vollkommenen einzigen Sohnes am Kreuz wert. Die Bezahlung für alle unsere Fehler und Unvollkommenheiten, die es uns vorher unmöglich machten, Gott nahe zu kommen. Und wusstest du, dass Gott von Jesus sagte, das ist mein Sohn, die Freude meines Lebens, auserwählt und gekennzeichnet von meiner Liebe? Matthäus 3, Vers 17 So sehr und noch viel mehr liebt Gott dich, denn er hat Jesus für dich aufgegeben. Lass das einen Moment sacken. Wenn du dir heute unsicher darüber bist, welchen Wert du hast, und falls dir niemand in deinem Leben jemals deinen Wert bestätigt hat, dann denk daran. Gott blickte auf die Zeitlinie der gesamten Menschheit, dachte an dich, an jeden Fehler, den du machen würdest, jede Sünde, die du begehen würdest, und entschied, dass du immer noch den Tod des einzigen Himmelssohnes wert warst. Die Welt will, dass wir uns an vielen anderen Maßstäben messen, aber denk daran, dass der Wert deines Lebens in Wirklichkeit an Folgendem zu messen ist. Dein liebender himmlischer Vater hat das Beste des Himmels gegen das Schlimmste der Menschheit eingetauscht. Sein Sohn hat sein Leben freiwillig für dich hingegeben, damit du Gott heute Papa, Vater nennen kannst. Es ist zwar toll, sich verbessern und weiterentwickeln zu wollen. Es ist aber auch unglaublich befreiend, wenn dein Wert nicht an deine Leistungen gebunden ist, sondern darin verankert liegt, wie sehr dich Gott höchstpersönlich wertschätzt. Mehr über das Opfer Jesu für dich am Kreuz kannst du in Matthäus 27 bis 28 lesen. Das ist ein super Ausgangspunkt auf dem Weg dahin, dich selbst so zu sehen, wie Gott dich in Wirklichkeit sieht. Anstatt deinen Wert an den Dingen dieser Welt festzumachen, sei vielmehr fest im Fundament seiner unveränderlichen Liebe verankert. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8 Römer 5, Vers 8 Römer 5, Vers 8 Vielen Dank.